so ihr seht schon spiel startet gerade ich bin jetzt wieder da wird wahrscheinlich ein etwas längere aktionen jetzt weil ich einfach bock habe im ranking wieder weiter nach oben zu kommen also wer bock hat kommt gerne vorbei bin jetzt auf twitch unterwegs und in dem sinne natürlich wie immer bei kart 986 immer noch mal eingeben auf twitch kart 96 also in dem sinne bis gleich und haut rein